Meine Damen und Herren, hier ist wieder Niklas, auch bekannt als AI Honor mit einem weiteren Videoblog. Richtig, da sind wir jetzt. Lange keinen mehr gehabt, aber ich habe mich entschlossen, doch mal wieder einen aufzunehmen, um euch auch auf diesem Kanal ein bisschen zu updaten. Bekommt ja nicht jeder alles mit, was bei Bonjoa vor sich geht. Und ja, da geht einiges, würde ich mal sagen. Ja, zuerst einmal wollen wir über den Bonjoa Geburtstag reden, denn Bonjoa wird ein Jahr alt. Wer hätte das gedacht damals, als wir angefangen haben? Also der Launch unserer Seite ist jetzt fast ein Jahr hinter uns, liegt hinter uns. 15.11., um genau zu sein, wäre der Bonjoa Geburtstag oder ist er? Dort ist aber der Homestory Cup, da kommen wir gleich noch zu. Deswegen verlegen wir quasi die Feierei auf den 29.11. Ja, streicht euch diesen Tag, diesen Samstag im Kalender an. Dort wird es ein Streaming-Event geben, kein 24-Stunden-Event, aber den ganzen Tag über werden wir euch versorgen mit Live-Content. Und ja, was genau, das wissen wir selber noch nicht, aber wir haben einige Ideen. Mal sehen, was wir umsetzen können. Ich hoffe ja, dass Budi teilnimmt. Ich habe ihn schon in der SMS geschrieben, hat noch nicht geantwortet. Spammt den irgendwie mal voll. Hier, Budi, Bonjoa Geburtstag, musst du mitmachen. Ja, dass er zumindest mal eine Stunde oder zwei in den Stream setzt. Ja, Bonjoa Geburtstag, ein Jahr, großartig, fantastiliös. Dann habt ihr in den letzten Tagen vielleicht schon gesehen, wenn ihr mir auf Facebook folgt, dass ich immer mal wieder ein Bild poste, dass ich gerade in der Videoproduktion sitze. Also schön wieder mit Spiegelreflex und Greenscreen. Und ich habe mir so viel Mühe gegeben, endlich mal ein ordentliches Keying hinzubekommen. Ja, der Greenscreen ist gebügelt, ich habe neues Licht, ich habe viel ausprobiert. Und die Academy-Produktion rollt, ja, sie rollt und rollt und rollt. Wer noch gar nichts weiß, Academy wird neu konzeptioniert. Wir machen sowohl für StarCraft, Dota und League of Legends, machen wir eine komplette Ausbildung von Nubi bis ungefähr Diamantniveau bei StarCraft und auf die anderen Spiele auch übertragen. Ja, erst StarCraft fertig. Es werden nicht direkt alle Videos gedreht, denke ich, die wir auf dem Plan haben. Mein Dokument geht jetzt schon über 60 Seiten, wo ich das Skript so ein bisschen plane. Genauso bei Diesel, der ja für Dota zuständig ist. Und ja, League of Legends werden wir ein bisschen delayen. Dadurch ja, dass bald das große Update kommt, wo alles nochmal überarbeitet wird, inklusive der Grafik und allen Champions und so weiter. Dafür ist übrigens Yoshi zuständig, den ihr vielleicht schon dem einen oder anderen Noobs in Action gesehen habt. Weiterhin sind wir, wo wir gerade dabei sind, bei Yoshi, mit der All-Hero-Challenge in Dota gestartet und der All-Champion-Challenge in League of Legends. Und Yoshi wird eben auch anfangen, bei der All-Champion-Challenge in League of Legends mitzumachen. Also jeder Champ muss einmal gespielt werden, beziehungsweise mit dem muss einmal gewonnen werden im Ranked. Und Diesel eben in der All-Hero-Challenge. Das ist Campus-Content. Schaut also rein, bonjour de campus. Und ja, die Academy, die ist jetzt da, die ist gerade so, wie sie ist. Und die wird neu gemacht. Dann, unser zweites Projekt neben der Academy ist unsere Coaching-Vermittlung. Habe ich auch schon mehrmals angekündigt, dass wir diese überarbeiten. Sie nimmt immer mehr Gesicht an. Und ich habe jetzt, also unser Programmierer Harmu hat im Podcast gesagt, ja, bis zum Ende des Jahres schafft er. Und darauf will ich ihn jetzt nochmal festnageln. Bis zum Ende des Jahres steht unsere Coaching-Vermittlung. Hoffentlich mit festen Preisen, alles In-House, eigener Qualitätskontrolle und festen Partnern. Feste Partner haben wir schon reichlich für alle drei Titel. Und ich freue mich echt darauf, wenn wir das Ding auf den Weg bringen können. Das sieht dazu auch noch geil aus und ist fair und alles und super. Podcast hatte ich gerade schon gesagt. Wir haben jetzt den dritten Podcast aufgenommen. Nicht zu Initiative verantwortungsvolles Gaming. Dazu wird natürlich auch noch weiter Content kommen. Aber erst einmal haben wir es ein bisschen anders gemacht. Den dritten haben wir nämlich mit den Bonjoa-Heads sozusagen, die überall in Deutschland verteilt sind, einen Internet-Podcast aufgenommen mit Harmu, unserem Programmierer aus Lübeck, Chris, unserem Redaktionsleiter aus Köln und Mental Miracle, unserem Community-Leiter. Wo kommt der überhaupt noch mal her? Noch weiter aus dem Süden oder so? Weiß ich gerade gar nicht. Ja, da geht es um die BlizzCon, um die Entwicklung von StarCraft. Was passiert bei Bonjoa? Was ist gerade los und so weiter? Hört da rein. Alles nochmal viel detailreicher. Und andere Themen. Zum Beispiel Metallica auf der BlizzCon. Was ist da denn los? Ja, dann war ich gerade erst bei den Rocket Beans zusammen mit Take. Dort wird eben auch Content von uns released. Am 8. kommt das erste Stück Content, nämlich Almost Daily. Und ich bin noch in einem anderen, in einem Zock & Talk zu hören, als Kommentator von Warcraft 3. Es wird dann auch die Tage kommen. Dann Home Story Cup, habe ich ja gerade schon gesagt. Am 15.11. überschneidet sich mit dem Bonjoa-Geburtstag. Deswegen verschieben wir unser Streaming-Event. Aber ich werde auf dem Home Story Cup sein. Den kompletten Samstag werde ich dort mitcasten auf Deutsch. Wobei ich weiß, so 100% kann ich es noch nicht sagen. Dennis weiß, glaube ich, noch gar nicht, wo der deutsche Stream stattfinden kann. Der hat halt so viel zu tun. Aber ich werde auf jeden Fall da sein. Das lasse ich mir nicht entgehen. Königsburg, Krefeld. Bin ich auf jeden Fall anzutreffen. Bin auch abends auf der VIP-Party. Und das Bonjoa-Geburtstag. Yeah, da wird er mitgefeiert einfach. Und dann Sonntag reise ich irgendwann wieder ab. Ich weiß nicht, ob ich mir noch das ganze Turnier dann gebe. Ist es Samstagabend vorbei oder Sonntag? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall reise ich es Sonntag irgendwann ab. Ist ja auch ein langer Weg nach Hause, nach Hamburg. Ja, dann werde ich immer wieder gefragt. Im Twitch-Channel und privaten Nachrichten und so weiter. Da auf meinem ARN-Account. Was ist eigentlich mit Jutzemutze? Lange nichts gehört. Ist die überhaupt noch da? Dazu kann ich nur sagen, wir haben uns getrennt vor einiger Zeit. Und ob sie in naher oder ferner Zukunft noch bei Bonjoa zu sehen ist, kann ich zu diesem Zeitpunkt einfach nicht sagen. Dann eine erfreuliche Nachricht. Kontinentalversicherung oder der Kontinentale Versicherungsbund, ja, der ja bisher Onagreif durch gesponsert hat, hat der 20 Folgen gebucht und hat sich nach der Auswertung dazu entschieden, direkt weiterzumachen mit Onagreif durch. Und die sind auf noch mehr aus vielleicht. Also sehr coole Jungs, ja. Andreas da, mein Ansprechpartner, super geiler Typ. Und ohne die Jungs wäre das nicht möglich gewesen, das Bonjoa-Jahr, was wir jetzt hatten, was ich hatte, wo wir jetzt stehen und wir hatten gar nicht die ganzen Chancen, die uns jetzt offen stehen. Ähm, ja, also, supporten, ja, kontinentale.de slash Bonjoa, immer mal wieder raufgehen. Keine Ahnung, schreibt den Mails, dass die geil sind und immer, wenn ihr eine Versicherung, wenn ihr irgendwie darüber nachdenkt, euch eine Versicherung holt, dann geht so ein kontinentalen Versicherungsbund. Dann ist jetzt die neue Starcraft-Season fast da, mit alten Maps. Ja, weiß ich noch nicht, wie sich das jetzt spielt mit der neuen Balance. Vor allem immer ab. Mein Skill ist so ein bisschen gestiegen wieder in den letzten Wochen, weil ich ein bisschen trainiert habe. Gerade mit unserem Academy-Squad, ja, was wir jetzt auch haben, ähm, trainiere ich immer mal wieder und übe meine Builds, studiere andere Builds. Und mein Skill ist ganz gut, aber ich muss natürlich noch ein bisschen mehr trainieren. Ich will eigentlich noch mindestens einmal jetzt versuchen, wieder in die GM zu kommen, also ernsthaft. Äh, ob ich das schaffe zeitlich, weiß ich nicht, aber es reizt mich immer wieder, ja. Grand, Master, will ich noch mal rein. Es ist viel, viel schwieriger geworden, als es jemals war. Das Feld da oben ist so stacked an, äh, an der Schwelle von, von der Master zu Grand Master. Aber ihr wisst ja, ich bin extrem ehrgeizig und ich werde es auf jeden Fall noch mal versuchen. So, damit sind wir hier durch. Und jetzt, weiß ich nicht, jetzt ist dieser Videoblog zu Ende. Ich überlege gerade, was ich hinter mir eigentlich einblende. Lasse ich diesen Greenscreen einfach oder mache ich irgendwie was Besonderes? Ja, weiß ich auch noch nicht. So, Leute, äh, 16.51 Uhr, es ist ja schon dunkel draußen, mir egal. Ich gehe jetzt auf jeden Fall noch laufen, ja. Ich muss ja für die Challenge trainieren, für Honor vs. Take. Ich bin ja schon zweimal zehn Kilometer gelaufen, ja. Und jeden zweiten Tag geht es ins Fitnessstudio oder ich mache Freeletics. Also, Dennis Gehen, zieh dich warm an. Ich hatte eh keine Chance, ey. Ich bin einfach zu Nichte, sage ich euch schon. So, äh. Lange Rede, langer Sinn. Naja, kurzer Sinn, weiß ich nicht. Gib keine, gibt, gibt keine Pointe. Keine Pointe. Also, tschüss. Wiederschauen, reingehauen, Bonsova.de, Campus Academy, alles schön, wunderbar. Super toll, bonjour, bonjour, super, yeah. Hier ist alles, wunderbar.